Wenn Sie was sagen wollen dazu, was geschieht, bitte gern. Ich weiß noch nicht, ob das vorgesehen ist oder eben nicht sein soll. Die Teleaktion ist mein Statement zu der von Club 2 aufgeworfenen Frage, wofür Kunst und von wem bezahlt. Und zwar ist das Ziel der Kunst, so wie das Ziel der Technik ist, die Menschwerdung der Natur. Das ursprüngliche griechische Wort für Kunst, Techné, heißt ja künstlich von Menschen gemacht, im Gegensatz eben zu von Natur gemacht. Insofern gehört die Kunst zur Geschichte der menschlichen Selbstdarstellung und Selbstverwirklichung. Wenn nun in dieser Telekommunikation, wo eben über die Entfernungen hinweg mein Blut in die österreichischen Haushalte rinnt, beziehungsweise die Bildschirme der österreichischen Haushalte, so erinnert das nicht von ungefähr und nicht nur symbolisch an eine sehr berühmte sogenannte heilige Kommunion, wo schon einmal Blut für die Menschheit vergossen worden ist, sondern das Ziel dieser Aktion ist dem, das Wesen der Kunst zu zeigen, dass sie nämlich, dass in ihr zum Vorschein kommt, was man seit Kindheit nennt und Heimat nennt, nämlich diesen Ort, wo der Mensch sich selbst findet. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's.